Guten Abend beim Wetter. Aktuell regnet es gerade in Vorarlberg, in Tirol und in Teilen Salzburgs. Und so haben sich die Gewitter entwickelt. Von Bayern her über das Innenviertel bis ins Salzkammergut haben sie sich ausgeweitet. Jetzt lassen aber die Gewitter wieder nach und ziehen Richtung Südosten. Und morgen geht es am Sonntag mit den Gewittern weiter. Nach Osten hin ist es die meiste Zeit noch sonnig und trocken. Aber im Süden und im Westen schon die meiste Zeit Gewitter inklusive Regenschau. Und die können heftig ausfallen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Vor den Gewittern ist es aber noch heiß um die 30 Grad am heißesten im Südosten und im Osten mit 33 Grad. Der 15-Tage-Trend für Graz zeigt uns aber Ende der Hitzewelle. Ab Dienstag geht es mit den Temperaturen bergab und bis zum Monatsmitte ist es mal unterdurchschnittlich. Wie es danach weitergeht, schauen wir uns morgen an. Schönen Abend.